Es ist nicht Ravenclaw. Es ist nicht Hufflepuff. Es ist nicht Slytherin. Es ist... Gudefindor! Er ist Finnfjärg. Und er ist einfach zu ko süß, oder? Er ist einfach... Er ist Bildhüft. Oh. Oh! Alle lieben ihn. Und er macht auch beim Reifen richtig zu sparen. Ein kleines Pony zum Verlieben. Ein kleines Pony zum Verlieben.